An der Uni Innsbruck ist derzeit heiße Prüfungsphase. Einige Studierende berichten uns trotz der derzeitigen Lage von geplanten Präsenzprüfungen, die nicht dringend Präsenzanwesenheit erfordern. Und auch sonst ist noch vieles im Unklaren. Wir müssen frühzeitig wissen, wann wir wie welche Prüfung schreiben. Eine Woche vor der Prüfung ist nicht ausreichend. Wir müssen wissen, wie wir lernen sollen. Wir müssen wissen, was geprüft wird. Wir müssen wissen, wie geprüft wird. Open Book, Multiple Choice, offene Fragen. Wir müssen wissen, ob wir vor Ort oder zu Hause sein müssen. Und das ist vor allem für 45% internationale Studierende an der Uni Innsbruck wichtig, weil diese vielfach aus Südtirol und Deutschland kommen und viele den Lockdown zu Hause verbringen. All den Professorinnen, die Online-Prüfungen ausgezeichnet umgesetzt haben, wollen wir Danke sagen. Und vielleicht können Sie Ihren Kolleginnen in diesen Punkten unter die Arme greifen.